Kannst du mich bitte richtig asozial küssen? Asozial küssen? Kann nur gut küssen. Scheiße! 14.000 Euro Schulden? Über 2 Millionen auf dem Konto und ich fühl mich beschissen. Vielleicht bist du erkältet. Wir fahren nach Mannheim. Ich kann nicht nach Mannheim. Ich hab mein Pfeffersprünnig dabei. Kannst du Komplimente? Kannst du Komplimente? Nur mal, kann ich Komplimente machen? Wartest du schon lange? Weil man soll eine Prinzessin nicht warten lassen. Weil du so schön bist, also geil bist. Dass du jetzt nicht nur schön bist wie eine Blume im Wald, du hast auch eine schöne innere Dings. Insgesamt wie eine geile Prinzessin. Okay. Ja. Der Deal ist, wir tun als wären wir ein Paar. Meine Eltern drehen durch. Wer ist das jetzt? Ich kann endlich meinen Trauma füllen. Soll ich Ihnen das ganze Buffet einpacken lassen? Ja, mach doch den Spaß. Dafür zahle ich dir deinen Boxcamp. Gut. Okay. Völlig normal, dass verzogene Teenager ausrasten, Drogen nehmen rum, Vögeln und Köchin werden wollen. Ich könnte niemals, nie, nie, niemals mit jemandem wie Ossi zusammen sein. Verpiss dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich!